Ey manchmal sitze ich in meinem Zimmer und denke mir Warum ist mein Leben so lame? Ja was machst du denn außer schlafen? Filme schauen und beim Filmeschauen schlafen? Oh Mama geh raus! Also nochmal... Warum ist mein Leben so lame? Im Kino läuft Guardians of the Galaxy und ich bin voll neidisch Wieso habe ich keinen Waschbein der mir hilft? Mit einem Baum der kämpfen kann? Oder so in Muskelpaketen an meiner Seite? Ja, komplett durchgedreht der Junge, nicht mehr zu helfen Warum bin ich nicht der Auswählte der fliegen kann? An Wände klettert? Oder das Universum rettet? Du kannst nicht mal auf deine Katze aufpassen, was für Universum retten? Seit wann habe ich eine Katze? Ich werde dein nächster Superheld versprochen Mach du erstmal deine Hausaufgaben Wieso habe ich keine Superheldenfreunde? Ähm Wieso habe ich keine Freunde? Du verlässt dir noch nicht mal das Haus? Ja Mama, was soll ich denn sonst machen? Ins Kino gehen und schau dir da deinen Film an Ich gehe ins Kino und schaue Guardians of the Galaxy 3 Werde dort Superheldenfreunde finden und fliege auch für die ins All Ja! Achso, du willst also Weltrummel werden? Och Mama!